So, und für den ersten Platz nochmal Happy Look Watch! Vielen Dank. Für den ersten Platz übrigens das Mikrofon. Ja, hat nicht der Rückzug hier. Dann gebe ich das Mikrofon an Dr. Wolf weiter, denn es geht um den ersten Platz. Den können Sie verkünden. Ja, das ist ja nett von Ihnen. Die allerschnellsten von allen, das war der Fünf-Sterne-Kutte, Neumühler Schule. Ja, bitte das ganze Team auf die Bühne. Zura mit Banner, Wahnsinn. Und bitte alle Hände nach oben, einmal fürs Fosseln. Die allerschnellsten von allen, das war der Fünf-Sterne-Kutte. Platz 1 für den Fünf-Sterne-Kutte von der Neumühler Schule. Vielen Dank. Und für die Champions-Sterne-Kutte von den Stadtwerken dazu. So, und die Rennen der nächsten, vielen Dank Dr. Wolf, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für den Pokal. Und die nächsten Rennen laufen bereits schon. Das heißt, wenn ihr weiter Drachenboot-Rennen gucken wollt, da unten geht es weiter mit den Klassen 11 bis 3. und die Rennen auf den Kutte. Schöne! 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 Schöne Das könnte auch ein bisschen schneller sein, damit die Messina überhaupt noch mal starten kann. Dann geht bitte vielleicht für diese solidarische Gedanke weiter. Ja, wie gesagt. Sehr schön. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Auf dich. Abschied. Oh nein, sag mal. Oh nein, sag mal. Oh nein, sag mal. Oh, hallo. Halt mal an. Schmack mal. Schmack mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schmack mal an. Oh ja, hat das seine Kamera. Oh nein. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es wird wohl waschen können, also wirklich. So, aber jetzt ist wieder Ruhe. Ah ja, Captain. Also, ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Denkt ein bisschen dran, gleichmäßig paddeln. Ist egal, wir werden bestimmt nicht Erster. Aber mach... Nee, ehrlich. Aber mach mal das. Ruhe. Mach das Beste draus, ja? Also, gleichmäßig paddeln. Sonst gibt's die einzelnen Sport. Sonst gibt's nur eine Zwei. So, stoßt euch seitlich vom Steg ab. Und rückwärts paddeln. Das war eine Schülermannschaft zur Rinde. Doch, ein bisschen. Ja, aber es ist stark. Oh, diese Impulität ist voraus. Oh, ich wünsche dir wie jeder. Ehrlich. Sieht wunderschön aus. Ich sage, rückwärts hat nichts stark gehen. Schön. Jetzt schimmeln wir den durch. Wieder eins, das passt. Auf Bahn 2 starten die Rachendrachen. Auf Bahn 3 werden gleich sein Lord of Speed. Bahn 4 Energy Dragons. Bahn 5 Technical Dragons. Und Bahn 6 SG 81. Das ist ja ein frütiges Ding. Innenlärm. Das ist ja ein frütiges Ding. Das ist nicht. Doch? Nein. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.